und über die haben wir auch schon seit Ewigkeit nicht mehr gesehen weil ich ehrlich bin ja, ich auch nicht oh, Yasuo hab ich gar keinen Bock gegen zu spielen der Stamm wird durch meine Hunde durchgegeben Maybe Smulder? oder Asriel Asriel ist, glaub ich, mehr Meter als Smulder Boah, ich glaub, Smulder ist auch nicht gut gegen die Wie sieht's denn aus, Botline? Kriegen wir da was hin? oder seid ihr eher? eher weak side wir sind eher weak side ok, ok ich kann trotzdem gerne runterjunglen also Asriel Sona ist, glaub ich, schon ziemlich scaling wir müssen ein bisschen auf die Niner mit der Nami aufpassen weil sonst haf ich Topset hoch und mach den Mordecai so mit Moritz Flatter ich bin auch weak side mit der Yasuo kontert meine beiden Skill Shots ich bin eigentlich auch weak side aber ist egal ja, alle drei im weak side ja, fang ich ja schon gut an die haben ja den Rasenmäher die Nila hat ein Comet dabei die ganze Zeit nur ein-tum-aus-tum bis irgendwann der im Loaning Stream bleibt Boah, die haben Exos dabei super shit so, jetzt die Teamfalls gewinnen wir nur über Pauke, ne? nicht Wendage ja, hab ich den perfekten Champion der Mordecai hat aber kein TP dabei er hat Ghost mitgenommen ja auch blub Interessante Choice ja, ich fang unten an fang er fang unten an er fang unten an WT, der das Clan takes zu Cringe Wurz 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 Cringe 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 top laner nowadays FF 15 ganz schön, jetzt sind die anderen beiden jetzt im Blind hä, ich hab das gar nicht bekommen, die Nachricht ja, ich hab's vorher auch nicht bekommen auch da ist die hallo Alter, ihr seid solche Internet kriegen wir jetzt einen Fünfer hin? Fünfer los, jetzt ja, danke dankeschön yippie easy win, easy game oh alter, er geht auf den Dreck gegen musste aber nicht ja, ich musste grad eh was machen so ui, ich bekomm Schilde holy oh mein Gott, Digge ähm wir brauchen auf jeden Fall MR zumindest ein Item ja, ja ja ich werde wahrscheinlich Moor gamen Mr. Moor game Mr. Moor game genau ja Karthus ist so ein Early Game Ganker, ne? hab ich gehört ja ah ok muss ich also sehr viel Respekt vorhaben muss ich also sehr viel Respekt vorhaben also wir werden die eigentlich nicht so gut parken können durch Nami und lila Combo glaube ich weil Nami geht hier einfach um einiges mehr oh jetzt schon ein ähm Ding drin ein Pott und leider hat kein Pott mehr ich bin grad dann du auf Moor box so ich hab movement speed ganz slow keine Ehre hat er gehupt ja ich hab wieder gehupt ich warte mal kurz ähm oh, Karthus ist hier unten ja warte, 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 warte bist du los hier? keine Ehre so ich rolle unterwegs ich kann dir movement speed geben pass mal kurz oh mein Gott, ich kam nicht ran ich hab mich hinlassen aber sie ist noch geflasht nice, good job er hat leider grad wieder E abbekommen die Nila ja, ich wollte dir eigentlich grad eine E geben und du hast jetzt den rausgelebt ich hab's nicht gesehen ja die Nila hatte leider grad genau den E gedrückt weißt du wo ich mit der W E drauf gehen wollte ja wir pushen jetzt rein, gehen back was Tobi? ob er geghostet hat ja aber ich glaub er hat nicht geflasht oder? aber Karthus hat Exhaust raus und ein Nami ich glaub ein Nami irgendeiner von denen, ja Namibier wir sagen einfach mal saverweise Nami wenn Karthus irgendwo noch Exhaust nimmt die hat crit geholt ne, die kriegt ja mehr gedöns die hat crit die hat crit geholt ne, die kriegt ja mehr gedöns die hat ihre ult ihre ults gibt crit die sind sie so noch nicht äh, liegt armorpen durch die queue wenn sie crit ko ja, wollte ich grad sagen irgendwo ist noch armorpen mit drin aber das lohnt sich glaub ich nicht das im early game schon mitzunehmen da ist rohe Adi glaub ich besser das ist krass die hat sich Boots gekauft und jetzt Outdamage die mich Outtraded die mich die Nami ja so ist Resetten oh wow da ist ja alles geworden Digga ja dann killen wir halt den ne danke dir ja auch wieder ne Nila ist missing ich hätte den gern gehabt aber ist in Ordnung hoch Nila ist weg, Nila ist weg Hauptsache jemand kriegt den Nila ist wieder da ich komm gleich ich komm gleich doch mal runter direkt ich hab Geld bekommen das ist auch okay ich rolle die hat kein Flash die Nila hat kein Flash aber geh auf die Nami Nami, Nanda oh ja ich hatte kein Slower aber ich glaub das hat eh nix gerne ich werd auf den Yasun niemals Cripprasher haben ne ja seltsch ich auf Kratos bei uns ja dann werd ich die Grobs gleich machen du kannst auch stehen Kratos ist hier ja ja ich schwatt nur den äh den Drake das ging da so viel was los mit dem ja lass ihn halt bei mir der ging so viel wie unser Nunu hat der Mortalkaiser ulti? ja ja ey der Typ ist so ein Sustain Monster ne oh mein Gott Mordekreise oh mein Gott oh mein Gott Digga na Bro ich hab ihn ich hab seine E perfectly Flashed na ja so Mist Vorsicht little Bro is mad little Bro is mad die sind hier bei mir die machen die Crap gerade mhm mhm selber ein Out-Attack-Gerdeutsch den musst du nennen ja 4 Level ich hab Ult Garmis Garmis miss ja der Typ hat hier im Pickwort hingestellt ja hab ich ja lass mir lass mir lass mir lass mir das good job willst du die Garmis machen hab auch kein Ignat mehr ah ja will ich dann hab tatsächlich ich hab hier und Mordecaise könnte auch durchmuchen gell ich hab Ult jetzt der kommt von Base fällt noch clear ich würde nicht so gerne reingehen ne also jetzt war ein kleiner Ult ok Popen kann ich nicht mehr ich muss nur noch gucken dass ich Stacks bekomme I guess ich glaube dass du die Ult am besten defensiv na ich die wurde ja auch nicht zum attacken Yasu verliert ein paar Minions ja doch nicht ok Yasu swivel aber ich auch kann nochmal direkt Top kommen wenn du möchtest ich bin am rollen 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 Yasu miss mit Lang und kein Flash ja also immer noch mit Lang ne da ist er an den äh den äh kann ich nennen wenn wir beim Drake kurz schauen ob da irgendwas ist mhm ich kann dir n Bord weg machen da ist n ja da hat es bei mir die ganze kommt auch von oben ich rolle aufs Blasel da komme ich direkt zum weg da komme ich direkt zum weg nice bitte gehen bitte gehen boah ich hab doch Killbash auf den mit dem Team zusammen das war sehr gut mit dem Team 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 mhm hab ich gesehen wieso save ich ihm den kennen bin ich dumm ja ich bin dumm offensichtlich das war das dummste was ich jemals gemacht habe glaube ich without doubt mhm naja ja 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 dafür muss er auch erst in die Nähe kommen ja ich glaube der siegt dich ja weil er noch mal neun Wotling gesteckt ist ich kann nur äh bei dir Meliorus gleich reinfarmen äh dann warte mal bitte nach Mona ich bin unterwegs aber ich hab keine Ulti alright ich rolle oh shit ich rolle mit meinem Best ich rolle mit meinem Best gute Ult ähm ähm dann pushen wir noch keine Blading das kriegen wir ach natürlich ist ein Börder-Champion ne Kato sollte uns eigentlich nicht auseinandernehmen glaub ich auch nicht oh oh jetzt jetzt warte mal Metal Storm wir kriegen ah noch ein Blading ha noch 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 ein Blading ja den kriegen wir ich creed auch für drei Blading's Digga oh geil ist das sexuell ich nehme 50.000 Base dann ich hätte meinen Helly ja oh bin ich gefeedet jetzt ok dann gehen wir mal back und ich hab auch Dream Maker oh mach wir haben soviel jetzt grad ich rolle jetzt drauf rein ok ich glaub zwei Bladdings kriegen die aber lol nice good job Midlane ist killable er hat gerade keine Ultis aber du brauchst Schuhe demnächst ja ja das kann sein dass ich die gleich wieder ja wobei ne also ich müsste eigentlich Aua Kato ist hier killable Kato hat aber auch kein schönes Spiel heute oder haha schön ein Mini Noction zu sein ey Gottln ist miss ich liebe die W von Nofiri ähm Gottln ist immer noch miss joa ah da sind die ja wir haben Tower wir haben Tower nice wieso hab ich 10 Gold dafür bekommen oder 50 Mordecai ist äh bin ja so frech erfangen ich komm gleich noch mal drauf ich kann den Versuch zu spawnen mach Mordcraft und dann komm ich noch mal drauf ich bin da ich bin da er hatte keine Ult ich kann ihn noch jetzt so gut machen eigentlich 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 AAH hat er Glück gehabt es revised esEm auch die hat die ich auch TOM RESENSE MIND mehr Wo ist mein Jüngst? Ähm. Ich sport nur bei deren Jungle. Und wer Harald into Drake dann machen? Ich kann nur begleiten sie laufen. Der Blubuff von denen ist noch da. Moi. Ich bin ziemlich low. Ich habe auch keinen Smite in 50 gerade. Loil. Ich habe First Strike mit Raven ist gerade gebrochen. Nami ist da. Ja. Nur Poken. Nur Poken. Alter mein Damage. Hoho die Hunde. Oh ich liebe Nafiri so ich an der Champ. Doch mein Harald. Die dürfen nicht Resetten Leute. Also die Gegner meine ich. Ich pushe ständig rein hier Wichse. Bam. Kathos ist auch hier. Ich habe seit 4 gerade gesehen. Ah ok doch nicht. Der Pokémon war da. Oh der Yasir hat keinen Spaß. Das ist geil. Was Hurensöhne wir sind. Wir brauchen gleich einen unten. Wir nehmen den Tower dann Drake. Wir nehmen den zweiten Tower gleich mit. Ja ich bleib bei dir. Weiß was passiert. Ich bin ein bisschen tot. Boah da war ein bisschen zu viel damit auf einmal. Ich hätte auf die Karte springen sollen. Aber ich glaube Neil hat geultet. Ja ja hat sie. Kathos hat auch keine ult. Und Nami auch nicht. Die haben alle keine ult. Nami free. Nice. Good job. Achtung. Oh die Bambi. Eieiei. Na er hat keinen Protobird. Kann er nicht touchen. Nice. Ja kein Protobird. Ne passt. Aber es ist worth. Jetzt könnte ich nochmal mit lane anreißen. Ich würde bot lane gehen. Also ich habe ständig Killbird auf den Yasuo. Wenn ich ult ready habe. Der kann mich niemals falten. Alleine. Ja. Schwarz kurz. Ah mit blade. Wirds nochmal interessant. Aber ich habe zwei Items. Und Armor Boots. Ich kann dir nicht helfen. Nein. Mordekaiser ultet. Ich stand aber auch richtig kacke. Ich hatte ein schlechtes Positioning grad. Wait. Wenn Kathos ultet. Und Mordekaiser ultet jemand weg. Ist der dann geschützt davor? Ähm. Ja. In dem Moment. Wenn er dich dann dort ultet. Dann ja. Wenn Kathos davor geultet hat. Die haben voll die Anti-Sinity gepickt. Aber wenn du schon drin bist. Wenn du drin bist ja dann ultet. Dann kriegst du es. Noch. Ich würde gerne back in Mords. Ähm. Nila ist Bot-Side. Ah mit Top-Side. Ah. Ho. Ein drittel Leben. Nur mit einer Q. Haar. Was war das denn? Okay. Was hat sie gedacht? Oder so? Oder so. Ich hätte gedacht die dürfte ähnlich spielen. Eigentlich ja. Er hat ihn zu der B gefahren. Scheiße. Ich hab's vergessen. Was war das? Hm. War zu viel hier auf Tower. Wie schwäch bin ich am Mordekaiser? Ich dachte, ob er ist. Nice. Ja. Mhm. Mhm. Hm. Ja blöd. Meine Hunde bleiben leider da. Ja. Karte Spot. Karte Spot. Ja. Mana. Danke. Ja. 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 Jetzt ist ein Mord. Der muss immer gut spielen, als der Impact hatte in dem Game. Ich nehme mal die Blue Side von ihm. Ist er jetzt gerade alleine, Tim? Nope. Hätte den Slogan Hitted dann wäre... Naja gewesen für dich. Na. Hattetest du nicht? Oah, ach null. Ja komm, tu doch. Geh doch rein. Ich? Nee. Ja, ich meine Yasuo. Achso, ja, ja. Yasuo hätte reingehen dürfen. Aber ich wollte nicht rein. Haben die Vision, glaubst du? Ich weiß nicht, dass die Goofy dabei haben. Ähm, was ist denn mit dem los? Oh Gott. Ja, okay, ist gut. Dann spiel ich halt so über meine Fresse, Alter. Geht der mir auf den Geist? Ja, jawoll, geil. Der macht ja gar keinen Geist. Wie soll er denn auch? Da steht 0,9. Ja, gut. Understandable. Sidestip, Gott. Hehehe, geflasht gegen meinen Hund, Alter. Junge, Nafiri ist wie Adi Jorik, Alter. Das ist ja so cool. Wie einfach die Hunde der jumpen. So schön. Nur mit Dashes. Ach, der hat schon wieder Windshield, Alter. Was im Schmutz. Ja, stimmt mal. Oh, shit. Oh, shit. Da hat er mich tatsächlich gejukt, Alter. Die Minions sind da gespawnt. Da hat er mich übel weggeklatscht. Ja, so. Abort Mission, Abort. Meine E ist abgebrochen, weil mein Enemy gespawnt ist. Ah, da wurde ich genockt gehabt, ey. Ich dachte, ich kann da rausspringen. Ja, mach mal Barren. Ich finde, wir müssen jetzt ganz dringend Barren machen. Wo ist deine Mission? Ich habe keine Chance zu enden, oder? Der Null. Ich kann erst mal bis gehen. 3.000 Gold. Ja, danke. Lieg. Danke, Lieg. Bitte. Bitte. Warum? Wieso? Ich habe wieder den Snowball Bug bekommen gerade. Ja, ja. Wenn du zu close zu einer Corner stehst, dann... Ja, ja. Glaube ich dir jetzt mal gut, ne? Ach, halt dein Maul. Ja, ich glaube sehr. Ich glaube sehr. Ja, gut. Passt. Ich komme zu dir. Ich komme zu dir. Oh, der hat Windwall. Mhm, ich habe es gesehen. Fuck, ich bin der Maul. Oh, fuck Windwall! Meine Q! Wieso hat der schon wieder Windwall, Digga? Hallo. Ach nee, du warst ein Burensohn. Warte Moritz, noch 35 Sekunden. Das ist gut. Gottlos. Ja, ich hatte Spaß. Ich war trotzdem dahinter des Teams. Naja. Naja. Ich habe Tobi aussehen, äh, gewonnen. Bebetrin und Silber. Mordekaiser. Shit. Ja, und auf jeden, guter Champ. Shit an. Ich glaube, ich bin erstmal raus für heute. Tamam. Ich brauche was zum Essen, ey. Ich bin so tot. Und du hast mich vernaschen. Tamam. Tamam. Talahorn, Alter. Talahorn. Was ein Dreckswort, Digga. Klingt ja nicht mal schön auszusprechen. Ich gebe dir einen Steen. Ich gebe dir einen Steen. Talahorn. Talahorn. Talahorn Farm, Alter. So. Geil, das ist fein. I'm here. Promoted to Silver 2. Geil. Ich habe mehr Damage gemacht als die Nila. Ich habe wahrscheinlich sehr wenig Schaden gemacht. Oh. Oder auch nicht. Ja. Weniger als unser Ezreal. Ja, ey. Es tut mir leid. Ich bin halt keine ADC, ne. Was soll ich machen? Ich bin auch dreimal gestorben, ne. Ich bin ja Inter des Teams. Hast du ja den Zwang. Ja, ehrlich. Metal wird nicht nur einmal gestorben. Ja. Ja, aber dann habe ich zumindest noch Plus-LP gemacht. Ich hätte auch Death Dance gehen können als vierte Seite. Dann wäre ich wahrscheinlich nicht gestorben. Aber ich habe mich halt nicht dafür entschieden. Oh. Ich habe... Ah, doch. Ich habe Plus gemacht. Ich habe 29 bekommen, 28 verloren und 31 wieder bekommen. Nice. Also, ja. Seitdem. Ich habe 20 bekommen. 20 verloren. Ist ja ein geiler Schem, Alter. Das ist krass. So. Ich bin raus. Habt Spaß. Und einen schönen Abend noch. Tschüss. Tschüss. Tschüss.